Grüß dich erst mal mir wieder. Wir haben uns bei Max in den Camper mit reingeschlichen. Der schläft schon hinten. Ja, da ist schon vor uns gerade das Bett. Und da dachten wir dir erst noch auf und gucken, ja gute Zeiten, schlechte Zeiten gerade. Und da haben wir gleich mal den neuen Helm aufgesetzt mit neuem Visier. Ja, ja. Ist gut. Nicht schlecht, ne. Ne, ja. Ja, ja. Ne, ist Muxl. Ja, aber wir wollen ihn jetzt nicht weiter sterben. Wir gucken jetzt noch unsere Sendung an. Ja. Und dann drücken wir morgen ganz fest die Daumen. Ja. 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 Also dann gute Nacht. Gute Nacht. Schleck auf, die treuesten Fans.